Vorsicht, ganz behutsam, ganz behutsam, bitte. Au, Sie alter Volterknecht! Oh, nein. Oh, nein. Nein, 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 nein. Was treiben Sie da unten? Ich habe meine Pistole in Ihrem Bett vergessen. Und das soll ich Ihnen glauben? Raus die Ferkel! Aber schnell! Sonst vergesse ich mich noch. Um Gottes Willen. Abgründe tun sich da auf. Abgründe. Fürchterlich.